Hallo Nadine! Hallo! Was machst du eigentlich für den Klimaschutz? Also für den Klimaschutz, ich kaufe ganz gerne Second-Hand-Mode. Einfach aus dem Grund, weil dann weniger Ressourcen verbraucht werden für die Herstellung von neuen Kleidungsstücken. Irgendjemand hat die Sachen nicht weggeben, weil er oder sie das nicht mehr unbedingt tragen wollte. Und ich bin zum Beispiel auch jetzt in Second-Hand gekleidet. Die Hose, die habe ich auf einem Online-Flohmarkt gekauft. Das T-Shirt, das ist von einer Kleidertauschparty. Und die Weste, die habe ich von so einem kleinen Second-Hand-Laden in der Altstadt.